Ich zeige euch heute den Savant Seifenhalter, wie ihr ihn im Waschbecken anbringt. Der Seifenhalter besteht aus zwei Teilen, einmal einen Saugnapf und ein Blättchen. Den Saugnapf, den bringt ihr an eurer Wunschposition im Waschbecken an. Dann drückt ihr dieses Blättchen mittig in die Seife, da dürft ihr schon ein bisschen aufdrücken, dass es schön hineingeht. Jetzt ist es fertig. Die Seife sitzt im Waschbecken und jetzt kann ich mir die Hände waschen, ohne dass ein Waschbecken schmutzig wird. Nach dem Einseifen lege ich die Seife wieder zurück. Die ist aufgeräumt, prochnet schon ab, eine super Sache. Die Seife ist aufgeräumt. Jetzt ist es aufgeräumt. Die Seife, die Seife in diesem Haus замut sind. Also geht es dann mal wieder aufgeräumt. Vielen Dank.